Ich bin Maren, die Initiatorin des Wege des Herzens Festivals, welches vom 31. Mai bis 4. Juni im Tagungszentrum Blaubeuren stattfindet. Wir haben über 50 Workshops im Wert von über 5.000 Euro. Ich bin total stolz und glücklich, so viele tolle Referentinnen gewonnen zu haben für dieses Festival. Hey, hallo, schön, dass du da bist. Natalie Hilkner, Karin Zirkel, Fabian Etzert-Schneider. Du findest mich auf dem Festival zu den Themen Gesundheit, Ernährung und Hypnose. Das Festival spricht mich total an, denn der Weg des Herzens ist auch mein Weg. Ich wünsche mir, dass du wirklich auch richtig gut spürst, wie du bei diesem Festival immer mehr zu dir selbst kommst. Sichere dir jetzt dein Ticket fürs Festival mit über 60 Workshops zum Oberthema Persönlichkeitsentwicklung. Wir freuen uns auf dich. Ich freue mich sehr auf dich. Auch jetzt. Dich zu unterstützen macht mir eine Riesenfreude. Komm vorbei.